Wie man ein Plugin installiert Die Installation eines Plugins in Final Cut Pro ist einfach und leicht. Sie müssen nur wissen, in welchem Ordner Sie das Plugin ablegen müssen. Es gibt vier Arten von Plugins. Das sind Effekte, Titel, Generatoren und Übergänge. Ein Effekt-Plugin kommt in den Effekte-Ordner von Final Cut Pro. Ein Titel-Plugin wird in den Titel-Ordner von Final Cut Pro eingefügt. Ein Generator-Plugin wird in den Generatoren-Ordner von Final Cut Pro eingefügt. Ein Übergangs-Plugin wird in den Ordner-Übergänge von Final Cut Pro eingefügt. Alle Plugin-Ordner befinden sich an der gleichen Stelle. Wenn Sie also wissen, wo Sie ein Plugin ablegen müssen, wissen Sie auch, wo Sie alle anderen Plugins installieren müssen. Auf der rechten Seite finden Sie den Pfad zur Installation aller Plugins. Außerdem veröffentlicht Uple ständig neue Updates für Final Cut Pro. Jedes Mal, wenn Sie ein Final Cut Pro Update installieren, löscht Final Cut Pro die Plugins eines Drittanbieters. Daher müssen Sie die meisten Plugins von Drittanbietern immer wieder neu installieren. Und bei den Premium-Plugins, die selbst installiert werden, müssen Sie diese Plugins möglicherweise löschen und neu installieren, damit sie funktionieren. Die Methode, die ich Ihnen zeige, ermöglicht es Ihnen, alle Plugins in 5 Minuten neu zu installieren. So können Sie sich zukünftige Kopfschmerzen ersparen. Wir werden dieses kostenlose Plugin namens BetaSharpes installieren. Ich werde einen Link zu diesem Plugin in die Beschreibung unten einfügen. Erstellen Sie zunächst einen Ordner und nennen Sie ihn Final Cut Pro Plugins. Erstellen Sie innerhalb dieses Ordners einen weiteren Ordner und benennen Sie ihn. Gehe in den Ordner Generator. Auf diese Weise wissen Sie, dass Sie diese Art von Plugins immer in den Generatorordner von Final Cut Pro legen müssen. In diesen Ordner entpacken Sie das Plugin. Das Plugin wird einen Ordner mit dem Namen des Plugins erstellen. Jedes Mal, wenn Sie ein Plugin neu installieren, sollten Sie den genauen Namen des Ordners des ursprünglichen Plugins verwenden. In diesem Fall lautet der Name des Original-Plugin-Ordners BetaSharpes. Auf diese Weise kann Final Cut Pro alle Funktionen des Plugins mit jedem Video verknüpfen, das Sie erstellt haben oder zu erstellen beginnen. Wenn Sie dies nicht tun, erhalten Sie eine rote Fehlermeldung, dass das Plugin nicht funktioniert. Dann müssen Sie die Funktionen des Plugins manuell neu verknüpfen. Der Pfad für die Installation des Plugins lautet wie folgt. Paketinhalt anzeigen, dann Inhalt, dann Plugin, dann Medienanbieter, dann Bewegungseffekt, dann Inhalt, dann Ressourcen, dann Vorlagen und zuletzt Generatoren. Wechseln Sie nun auf Ihrem Desktop in den Anwendungsordner. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Final Cut Pro und dann auf Paketinhalt anzeigen. Öffnen Sie nun den Inhalt, dann öffnen Sie das Plugin, dann Medienanbieter öffnen, dann öffne den Bewegungseffekt, dann öffnen Sie den Inhalt, dann Ressourcen öffnen, dann öffnen Sie Vorlagen. Sie sollten Ordner mit den Namen Effekte, Titel, Generatoren und Übergänge sehen. Wenn Sie also in Zukunft Plugins erhalten, die ein Effekt, ein Titel, ein Generator oder ein Übergang sind, legen Sie hier eine Kopie des Plugin-Ordners ab. Das Plugin Beta Shapes ist ein Generator. Daher müssen wir eine Kopie des Ordners Beta Shapes in den Generatoren-Ordner von Final Cut Pro legen. Wenn Sie nicht wissen, ob es sich bei dem Plugin um einen Effekt, einen Titel, einen Generator oder einen Übergang handelt, öffnen Sie den Ordner des Plugins und sehen Sie sich die Erweiterung an. Öffnen Sie dann den Effekt, Titel, Generator oder Übergangsordner von Final Cut Pro und sehen Sie sich diese Erweiterungen an. Die Erweiterungen sollten übereinstimmen. Wenn Sie nicht übereinstimmen, wird das Plugin nicht in diesen Ordner aufgenommen. Öffnen Sie den Ordner Final Cut Pro Generators und fügen Sie eine Kopie des Ordners Beta Shapes hier ein. Wie Sie sehen können, fügen Sie hier eine Kopie des Plugin-Ordners Beta Shapes ein. Schließen Sie nun Final Cut Pro und öffnen Sie es erneut. Sie sollten das Plugin bessere Formen unter dem Abschnitt Titel und Generator in Final Cut Pro sehen. Wenn dies nicht funktioniert, duplizieren Sie einen Ordner im Generator-Ordner von Final Cut Pro. Löschen Sie dann den Inhalt des Ordners. Kopieren Sie dann den Inhalt des Plugin-Ordners und fügen Sie ihn in diesen Ordner ein. Geben Sie diesem Ordner dann denselben Namen wie dem Ordner des Plugins. Bitte klicken Sie auf Like, abonnieren oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Danke. Danke. Danke.